Heute beginnt für die Muslime der Fastenmonat Ramadan. Vier Wochen lang werden die gläubigen Muslime zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts essen und trinken. Fasten gehört zu den fünf wichtigen Säulen des Islam. Neben dem Bekenntnis der Einheit Gottes und der Prophetenschaft Muhammeds, dem täglichen fünfmaligen Gebet, der Unterstützung der Armen und der Wallfahrt nach Mekka. Wenn man sich mit gläubigen Muslimen unterhält, kann man viel über das Fasten lernen. Für Muslime hat das Fasten vor allem eine innere Dimension. Durch Fasten entdeckt man, dass man von Gott abhängig ist. Man erinnert sich daran, dass wir Menschen Pilger sind, zu Gott unterwegs und dass alles, woran wir uns im Alltag gewöhnen, einmal zurückbleibt. Wer fastet, denkt mehr an Gott, hört ihn zu sich sprechen und übt sich in der Nächstenliebe. Die Muslime genießen im Fastenmonat auch das besondere Miteinander der Familie und unter Freunden. Mir nötigt die Ernsthaftigkeit, mit der die Muslime ihren Fastenmonat leben, großen Respekt ab. Darum bete ich im Nachtgebet darum, dass gläubige Christen und gläubige Muslime sich mit immer größerer Wertschätzung und wachsendem Vertrauen begegnen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. besoinst spezifisch Sistema. ZNLV Detail Band